Musik Mein Name ist Michael Müllener. Ich bin Architekt und als Projektleiter verantwortlich für den Ersatzneubau für die bauquärliche Berufschule Zürich. Das Projekt ist wichtig, aufgrund der wachsenden Schülerzahlen im Kanton Zürich, damit wir auch künftige Berufsschülerinnen einen guten Lernort zur Verfügung stellen können. In der Abteilung Planung und Rohbau werden in der Grundausbildung etwa 1500 Lernende und in der Weiterbildung nochmals 750 Studierende ausgebildet. Pro Tag werden also etwa 500 Lernende die künftige Schulanlage nutzen. Aus einem offenen Projektwettbewerb ist das Projekt als optimal für das zentrale Grundstück direkt beim Hauptbahnhof Zürich zur Umsetzung gewählt worden. Die Sporthallen sind im Untergeschoss angeordnet, bekommen leicht aus dem Erdgeschoss und darüber werden vier weitere Geschosse mit Unterrichtsräumlichkeiten angeordnet. Meine Schnittstellenfunktion zwischen dem jungen dynamischen Planungsteam, der Unternehmer auf der Baustelle, der Politik und der Direktion des Kantons und natürlich den Lernenden und Lehrenden der BBZ ist herausfordernd und macht aber sehr viel Spass.